Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Grüezi miteinander. Genauso wie man mit einer individuellen Garderobe seine Persönlichkeit unterstützen und betonen, kann man mit dem richtigen Make-up sein Aussehen entscheidend beeinflussen. Und damit das fantasievolle Spiel mit den Farben keine Grenzen kennt, haben internationale Kosmetikhäuser für Beltam eine ganze Reihe von neuen Kosmetikprodukten kreiert. Wählen Sie Ihren Lidschatten im Grundton Ihrer Garderobe oder in der Farbe Ihren Augen. Experimentieren macht Spass, besonders mit Modefarben. Grundsätzlich die vordere Lidhälfte heller schminken und dann nach hinten etwas dunkler werden. Tönen Sie die Wimpern kräftig duschen, für besonders dichte Wimpern, zwei bis dreimal hintereinander. Kajalstifte schenken Ihnen geheimnisvolle Augenblicke. Es muss aber nicht unbedingt immer schwarz sein. Für jeden Typ gibt es bei Beltam die passenden Farben. Von blond über braun bis zu schwarz. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn Sie gerne wissen möchten, wie man mit einem Tupfer Rausch kleine Schönheitsfehler schnell auskorrigieren kann, oder wenn Sie wissen, wie man Ihr Make-up sofort wieder auffrischen kann, wenn Sie sonst Fragen haben zu Ihrer persönlichen Schönheitspflege, dann möchten Sie vielleicht gerne mal an einem von diesen beliebten Beltam Schönheitskürze teilnehmen. Rufen Sie doch einfach an! Der Geschmack eines guten Künkelpfeffers hängt von einer guten Beize ab. Ich habe sie auch so gemacht. In Rotwein, Rotwein Essig und Wasser habe ich gescheibelte Riebli, eine besteckte Ziebele, Lorbeerblätter, Wachholterbeere und Pfefferkörner eingelegt. Die Fleischstücke habe ich ungefähr vier bis fünf Tage drin liegen lassen. Dann rausgenommen, gut abgetrocknet und im heissen Fett gut anbrotet, mit Mehl bestäubt und mit der Beize abgelöscht. In einem zweiten Pfennchen habe ich eine Garamelle gemacht, die ich auch mit Beize abgelöscht habe. Und diese Garamelle kommt jetzt zum Fleisch. Nachwürzen und dann zudeckt, etwa dreiviertel Stunde schmoren lassen. Dann kann man diesen Künkelpfeffer zu einer goldgellen Polenta servieren. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Koop-Zeitung dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext-Zeiten 270. Einen guten. Wir wünschen Ihnen weiterhin noch einen schönen Abend, achten Sie aber noch auf die Koop-Aktionen dieser Woche. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Die 6 Meter lange Iso-Währrolle, 100 Millimeter dick, gibt es in allen Koop-Toot-Josell für nur 22 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop. Koop-Bohnen-Café Jubilor, 250 Gramm statt 3,70 nur 23. Und 500 Gramm statt 7,10 nur 16. 1 Kilo USA-Vitamin-Trochen-Reiss statt 1,90 nur 1,40. 2 Becher Coupe Chanty statt 1,70 nur 1,30. Eine Boxe Ariel-Konzentrat voll Wäschmittel statt 18,90 nur 15,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Koop-Butter-Zöpfe, 400 Gramm statt 2,80 nur 2,30. Und 650 Gramm statt 4,20 nur 3,40. Trauben uva Italia per Kilo nur 1,60. Auf Wiedersehen!